Hey, what's up guys, es geht wieder weiter hier bei LKSF, wir gehen in Libia Stage. Schauen wir uns da so erwartet. So, enden wollen wir mal. 2, 3, 4, 5. Das finde ich auch ein cooler Effekt von der Stage hier so. Okay, hier lassen wir uns mal eben einsinken, denn hier gibt es ein Bonus-Item. Und zwar hier. Und das ist, das, ähm, im Prinzip ist jetzt Strudel in unserem Inventar. Eine Frage an die werten Zuschauer. Gibt es einen Abschnitt des Spiels, wo Strudels Waffe, ähm, Sinn machen würde? Ich habe nämlich noch keine gefunden, oder vielmehr, habe ich sie noch nie wirklich aktiv sinnvoll benutzt. Es wäre, wenn das jemand weiß, schön zu erfahren. So. Zwei, drei. Okay, lauauuuuuff. Okay, so, Strudels Flügel. De-de-de. De-de-de. So, ähm, Frostlinge. Danke, oh, mach, mach, mach. Danke, oh, manchmal, manchmal hat sie aber auch ihre Eigenarten. Man kriegt sie nicht gleich down. Und, ja. Tada. Wir bekommen den Freudenzwinger. Und mit dem Freudenzwinger gehen wir straight zu Sichte. Wie ich selber finde, die die schwierigste von den ersten acht Stages hat. Wir gucken uns das mal an. Wie ich mich dieses Mal hier schlage. Ich hatte immer irgendein scheiß Problem mit der Stage. Sage ich ganz ehrlich so. Ich hatte immer irgendein Problem mit dieser Stage. Wenn ihr an der Stelle sterben müsst ihr. Yeah, wir sind fighter. Und jetzt wir verraten erst mal. Wie wir ist das wichtig? Aufst dressen, ich bin überall hierIN. Scheiße, ich geheınız. Ja, das ist highest. Offiziell immer. Okay. So. Einmal auf den Starkstrom hier achten. Okay, gut. Ähm, wir nehmen die Frostfackel und sprengen uns sozusagen oder schmelzen uns vielmehr das Leben frei. So. Freudenstachel. So, jetzt ist hier, glaube ich, Hälfte. Okay. Nicht das Gewünschte, aber... Okay, wenigstens etwas. Okay. So, den Screen erstmal hier von Gegnern säubern. So. 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 So, dann eben mal schnell den Flügel. Ähm, dann wieder die Standardwaffe. Okay, dann nehmen wir einmal eben schnell den Freudenzwinger. Und ich, und, ich muss schon sagen, man muss ihr Muster schon einigermaßen drauf haben. Weil, wenn wir den Freudenzwinger benutzen, und wir werden aber getroffen, bricht Freud ja den Angriff damit ab. Zwei, drei, eins, zwei. Scheiße. Zwei, drei, eins, zwei. Zwei, eins, zwei. Jetzt geht's. Nein, 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 du zerquetsch mich nicht. Eins, zwei. Man muss auch sagen, der Freudenzwinger ist einer der mächtigsten Waffen, allerdings nur, wenn man halt ungetroffen bleibt. Und wir bekommen die Weißteufel-Waffe. Mit der gehen wir noch in die letzte Stage rein, und zwar in Grollers Stage. So, das Dorf der Toten. Auch wieder sehr ähnlich zu Golds and Ghosts and Goblins, wo ich den Namen immer noch nicht verstehe. Aber ich finde die Stage einfach nur genial, muss ich ehrlich sagen. Weil vor allem dieser, dieser Gegner da gerade, den haben sie, haben sie den Hauptprotagonisten von Ghouls and Goblins so gut nachgeahmt, weil der hat genau die sonnebescheuerte Mimik und Gestik da. Da-da. Doch der was? Ne, okay. Achso, ich finde es mir noch gar nicht, warum ich was hab ganz vergessen, dass es hier so einen genialen Mit-Boss gab. Okay, gut. Hälfte sollte das gewesen sein? Okay, keine Lebensenergie gedroppt. Dies Stelle ist sehr an Ghouls angelehnt. Da kommen ja auch ständig Massen von Gegnern. Okay, so. Okay. Okay. Nee, da gehe ich kein Risiko ein Denn ich möchte den oberen Weg schon lang gehen spielen Aus gutem Grund Nein! Oh nein! Ah, kacke Nein! Hm, egal Oh, da bin ich ja noch nie gestorben an der Stelle Ey, das ist ja jetzt peinlich So ein scheiß Japaner-Sprung wieder, ey Nochmal Wie viel Leben habe ich denn jetzt? Okay Alles noch im Bereich des Machbaren Hm Okay, so So, weiß Teufel Nach dieser kleinen Umleitung Will ich schon fast sagen Der Hintergrund Guckt euch den Hintergrund an Und weiß Teufel ist sozusagen Ein Verlangsamungs Eine Verlangsamungswaffe Okay Und von Grolla bekommen wir dann Das Eisschwert Okay Jetzt haben wir hier Den Vermerk Schwarzkreuz Aber was das Schwarzkreuz Letzten Endes ist Äh, erfahren wir erst beim nächsten Mal Hier bei RKS Bis dann Und ciao